Ich geh mit guter Laune aus. Meinem harten Bett heraus. Hä? Wirklich besser. Warte mal, warte mal, warte mal. What the dog doing? Warte mal, warte mal. Live-Chat? Leute, was ist denn da passiert? Leute, neben wem liegt Alfie hier? Ist das nicht Flauschi? Hallo, Max Kipro. Alfie, was ist hier passiert? Ich guck. Was ist hier passiert? Du darfst Candy nicht Bescheid sagen, okay? Ich hab Candy gerade schon angerufen. Nein, sagst du das nicht. Flauschi ist ihm fremdgegangen mit dir. Nein, wir haben nur Netflix geguckt. Ey, Alter, das ist hier Videobeweis. Wir haben den Sonntags geschrieben, mein Krim. Leute, ich kann das erklären. Auf jeden Fall, Leute, danke, dass das Lied bei Gagel ist, euch so gut angekommen ist. Wir haben einfach fast eine Million Klicks auf den Lied. Auf Spotify auch richtig viel, Leute. Danke, ich hätte niemals gedacht, dass sowas noch möglich ist. Aber Leute, ich muss euch das Ding noch mit Flauschi erklären. Weil wie ihr im Musikvideo gesehen habt, sah der Ausschnitt so aus. Aber eigentlich sollte er so aussehen, Leute. Man sollte die gar nicht sehen. Ich hab's vergessen, rauszuschneiden. Und hätte ich das im Nachhinein sensiert, Leute, dann wäre das noch auffälliger gewesen. Auf jeden Fall, Leute, hab ich seit dem Video nur noch Stress mit Flauschi. Ich kann die Leute eigentlich davon gar nichts mitbekommen. Aber jetzt ist es schon zu spät, Leute. Flauschi schreibt mir gar nicht mehr. Ich kann die gar nicht mehr erreichen. Und ich glaub, der hat mich sogar auf Warte blockiert. Leute, so kann es nicht weitergehen. Deswegen ist es Zeit für Veränderung. Ich hab mir einen richtig schönen neuen Bild rausgesucht und einen sehr schönen Text draufgeschrieben. Und Leute, wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr am 18.04.2024 auf meinem Kanal vorbeischauen. Bald dann kommt das Musikvideo online. Flauschi, nur für dich. Alter, ich will ein, dass du mir wieder schreifst. Ich will doch einmal nur wissen, wie es hier geht. Und deswegen geht das Lied so. So, wie geht's? Kannst du mir halten? So, wie geht's? Also, Leute, merkt euch das Datum? Da kommt ein neues Musikvideo. Würde mich sehr freuen. Und Leute, wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen. Wo bleiben die Videos? Ich hab doch in dem einen Video gesagt, dass ich weitermachen werde. Aber Leute, ganz ehrlich, das Musikvideo kontrollei ist so gut bei euch angekommen. Also wirklich viel zu gut. Und ich hab einfach anhand der Kommentare gesehen, ihr wollt noch mehr Musik. Vielleicht habt ihr es auch gemerkt, Leute. Die normalen Gaming-Videos sind schon ein bisschen langweiliger geworden. Es war eigentlich immer dasselbe. Aber für Musik hab ich so viele neue Ideen. Und Lieder, die ich einfach rausbringen will. Deswegen, Leute, abonnieren, um die neue Musik nicht zu verpassen, Leute. Ich will jetzt regelmäßig Musik bringen. Normale Gaming-Videos wird's auch wieder geben. Keine Angst. Aber seid darauf erst mal eingestellt. Für die nächsten Wochen wird erst mal nur Musik kommen. Und die ganzen Shorts. So, es macht mir einfach gerade auch viel mehr Spaß, Leute. Ich sag euch ehrlich, Leute. Macht immer das, was euch am meisten Spaß macht. Und dann habt ihr am meisten Energie. Und mit dieser Energie macht euch bereit für den 18.04., wo der Song rauskommt. Ja, tschüss.